Hier sehen Sie das TCP-Zustandsübergangsdiagramm aus RFC 793. Die umrahmten Kästen stellen die verschiedenen Zustände dar, die TCP während eines Verbindungsaufbaus bzw. Abbaus zwischen Client und Server annehmen kann. Die blauen Pfeile geben den normalen Ablauf beim Client wieder, die roten Pfeile den normalen Ablauf beim Server. Schwarze Pfeile geben noch andere mögliche Zustandsübergänge an. Diese elf Zustände werden auch von dem Kommando netstat angezeigt. Der Zustand Closed wird allerdings nicht angezeigt, da netstat nur vorhandene Verbindungen anzeigt. Die Zustände Listen, Established und Time Wait sind häufig mit netstat zu sehen, da diese Zustände lange Zeit andauern können. Bevor eine TCP-Verbindung geöffnet werden kann, muss die passive Serverseite aktiviert werden. Der Server geht ohne Daten zu senden oder zu empfangen vom Closed in den Listen-Zustand. Diese Zustandsänderung nennt man Passive Open. Im Listen-Zustand bleibt der Server, solange vom Client keine Verbindung aufgebaut wird. Der Server wartet jetzt darauf, dass ein Client eine Verbindung aufbauen möchte. Der Client baut eine Verbindung zum Server dadurch auf, dass er ein Syn-Segment schickt und vom Closed in den Syn-Send-Zustand übergeht. Der Server erfängt das Syn-Segment, bestätigt es mit einem Acc-Segment, schickt ebenfalls Syn und geht dann vom Listen in den Syn-Received-Zustand über. Der Client erhält Syn und Acc, bestätigt das empfangene Syn mit Acc und geht vom Syn-Send in den Established-Zustand über. Der Server erhält Acc und geht vom Syn-Received in den Established-Zustand über. Jetzt ist die Verbindung aufgebaut und Daten können ausgetauscht werden. Der Verbindungsabbau geht in zwei Schritten vor sich. Erst teilt die eine Seite mit, dass die Verbindung abgebaut werden soll. Dann teilt die zweite Seite ebenfalls mit, dass die Verbindung abgebaut werden soll. Beide Schritte sind prinzipiell voneinander unabhängig, werden jedoch in der Regel direkt nacheinander ausgeführt. Erster Schritt Wenn eine Seite nichts mehr senden will, zum Beispiel der Client, da die angeforderte Datei vollständig übertragen wurde, sendet er Fin und geht vom Established in den Fin-Wade-1-Zustand über. Die andere Seite bestätigt das erhaltene Fin mit Acc und geht vom Established in den Closed-Wade-Zustand über. Die erste Seite erhält Acc und geht vom Fin-Wade-1 in den Fin-Wade-2-Zustand über. Jetzt kann die zweite Seite noch Daten senden. In der Regel wird aber sofort anschließend der zweite Schritt des Verbindungsabbaus ausgeführt. Zweiter Schritt Die andere Seite sendet Fin und geht vom Closed-Wade in den Last-Acc-Zustand über. Die erste Seite bestätigt das erhaltene Fin mit Acc und geht vom Fin-Wade-2 in den Time-Wade-Zustand über, der nach 2-MSL-Timeout in den Closed-Zustand übergeht. Dabei werden alle belegten Ressourcen freigegeben. Die andere Seite erhält das Acc, geht vom Last-Acc in den Closed-Zustand über und gibt dabei alle belegten Ressourcen frei. Es kann noch zu einigen anderen Zustandsübergängen kommen, die hier aber nicht weiter erklärt werden, im Diagramm aber mit schwarzen Pfeilen kenntlich gemacht wurden. Das ist eine Art-Acc-Zustand über.